Du bist es satt, in FIFA gegen schlechte Spieler zu verlieren, nur weil sie ein Pay2Win-Team haben? Du möchtest nicht, dass dein Erfolg in FUT von deinem Packluck abhängt? Dann weißt du wohl auch, was die Lösung ist. Trading Mit Trading musst du nie wieder Points kaufen und bist nicht auf Packluck angewiesen. Du hast aber keinen Plan von Trading? Kein Thema, genau dafür gibt es die FUT Academy. Hier erhältst du die besten Trading-Tipps direkt auf dein Handy. Aber wie genau funktioniert das? Schritt 1 Du erhältst von uns einen Trading-Tipp im Messenger deiner Wahl. Schritt 2 Du setzt den Tipp ganz einfach in der Companion-App oder auf deiner Plattform um. Schritt 3 Du verkaufst deine Investments und kassierst deinen Gewinn ein. Dann hast du genug Münzen, um dein Dream-Team aufzubauen oder Packs zu ziehen bis zum Abwinken. That's it! So leicht kann's gehen. Kommen wir nun zu den Statistiken. Im Schnitt verdient ein Mitglied bei uns die ersten 2 Millionen Münzen in nur 11 Tagen. Wir haben es in FUT sogar mal auf Platz 3 der weltbesten Trader geschafft. Starte jetzt mit uns durch für einmalige 24,95 Euro. Kein Abo, keine monatlichen Zahlungen. Du zahlst also nur einmalig 24,95 Euro und bleibst dann für immer Mitglied der FUT Academy. Auch für künftige FIFA-Teile musst du den Zugang nicht erneut erwerben. Hole dir jetzt deine Trading-Tipps und profitiere von unserem Know-How. Du möchtest dich erstmal kostenlos von unserem Können überzeugen? Dann schreib uns jetzt bei WhatsApp und erhalte gratis Trading-Tipps. Hole dir jetzt deine Trading-Tipps und profitiere von unserem Know-How. Hole dir jetzt schon mal. kalen Bis zum nächsten Mal.